hallo und herzlich willkommen bei den matrixern mit jonathan und nikki heute ein sehr spannendes video ein wirklich spannend heute geht es um unsere oder um einige unserer neuesten erkenntnisse zu dem thema statisten lupe und speziell dazu loop déjà vues ja und statisten ist ja euer thema was ihr immer gerne verfolgt und darum dachten wir bringen wir wieder ein statisten video ja wir hatten in letzter zeit einige spannende erlebnisse und erkenntnisse die natürlich wie immer sehr gruselig wirken und sind und deswegen heute mal nicht mit flugs sondern nur mit uns das flugsthema ist ja immer gut angekommen bei euch und da machen wir natürlich weiter aber heute geht es mal um statisten ja der oberbegriff für statisten so im internet ist hier npcs non player characters das kennt ihr vielleicht auch aus bestimmten computerspielen in denen ihr dann auf menschen trefft in dem computer spiel die nur vom programmierer und von der ki eingesetzt worden sind ne ihr trefft zum beispiel auf einen händler und der händler weil ihr völlig unbewaffnet seid am anfang des spiels bietet euch dann an ja ich habe dir ein schwert zu verkaufen möchtest du das schwert gerne kaufen und dann stehen da drunter die optionen kaufe das schwert oder schlage den händler nieder und klaue das schwert oder tausche deinen gold klumpen den du gerade gefunden hast gegen das schwert und so weiter und so weiter und dieser händler ist natürlich kein echter spieler sondern ein charakter der von der spiele ki installiert wurde damit du ein bisschen spaß bei dem spiel hast und nicht viel anders ist es auch in unserer matrix es ist ja auch eigentlich ein großes spiel und in diesem spiel tauchen eben auch oft npcs auf und wir möchten dann heute darüber reden was ist für verschiedene arten von npcs gibt genau wie man sie vielleicht auch ein wenig erkennen kann wir haben darüber schon ein video gemacht aber vielleicht haben wir vielleicht noch ein weiteres update dazu denn es gibt schon möglichkeiten das vielleicht ein bisschen unterscheiden zu können vielleicht nicht großartig aber vielleicht hilft es euch ja genau ja für gewöhnlich kann man die npcs die statisten und so weiter nur dann wahrnehmen wenn man sich im dissoziativen zustand befindet und da würden wir auch weiterhin sagen dass es eigentlich nur dann möglich ist aber es gibt natürlich auch immer wieder indizien die man auch ohne den dissoziativen zustand erkennen kann bei dem man dann denkt ja ich glaube das ist die statisten ja es geht heute auch um luper darüber haben wir auch bereits ein video gemacht dass ja spannende gesellen aber man darf bei all dem nicht vergessen auch die luper sind wenn auch nicht wie ihr aber auch aus dem weg raus aus der matrix auch die gegen ihren weg darf man nicht vergessen ist schwer das im hinterkopf zu behalten wenn man auf jemanden trifft der einer ist da wird man ganz schnell von mensch zu nicht mensch aber ja da muss man dann darauf achten dass ja auch die einfach nur ihren weg gehen ja darum geht es heute um ja um die drei hauptarten von statisten oder npcs sagen ja ja und zwar eben um die statisten dann um die wächter und um die luper die statisten sind eigentlich weitgehend nur auf 3d anzutreffen würde ich auch sagen die wächter sind so viel ich weiß auf 3d anzutreffen aber es gibt auch matrixwächter die trifft man dann halt auf 4d an und dann gibt es natürlich die luper die kann man auf 3d antreffen aber auch auf 4d die agieren auch multidimensional würde ich auch sagen ja ja statisten gibt es deutlich mehr als schöpferseelen hier auf der erde also deutlich mehr schon so um die 90 prozent nach gut sprache mit flux jedenfalls ja und da kann man sich dann auch schon mal ziemlich lust fühlen mega lust fühlen wenn man halt plötzlich sieht wow bist du ziemlich allein auf der welt ja als ich das erste mal die statisten wahrgenommen habe befand ich mich gerade auf so ein stadtfest das an einem see stattgefunden hatte und da kam ich in den dissoziativen zustand und erkannte dann dass ich der einzige war auf diesem fest der eine schöpferseele war und alle anderen waren schützten also da habe ich mich wirklich mega lust gefühlt sorry der spruch ist jetzt gerade so ein insider bei dem selbe geguckt haben ne film borderland können wir gerne empfehlen borderland cooler film ja ganz witzig ja jedenfalls mega lust richtig und das erleben wir gerade wieder ziemlich viele statisten die hier so umherwandern auf diesem planeten und ja da kann man das kann schon beängstigen wir haben auch von euch gehört dass ihr inzwischen deutlich mehr auch die statisten und wächter wahrnehmend und euch das auch natürlich verständlicherweise angst macht klar weil ihr euch plötzlich sehr alleine fühlt verstehen wir auch gegen uns ähnlich wir finden es immer noch tatsächlich teilweise sehr gruselig denn das ist es ja auch wenn du nämlich alle statisten weg denkst bist du plötzlich ziemlich allein und das kann natürlich sehr beängstigend wirken unser planet ist nicht gerade überbevölkert mit schöpferseelen ist leider nicht so wenn die matrix kri abgeschaltet werden würde ja würde nicht mehr viel stehen bleiben weder an häusern noch an menschen leuten wie auch immer und ja also in wahrheit braucht ihr keine angst haben es ist halt einfach das game das ist das spiel und ohne die statisten wäre das auch ziemlich naja für die meisten ziemlich öde ich fände es inzwischen angenehmer wenn da nicht mehr so ganz so viele wären aber das ist am anfang wirklich nicht so wenn man sich da auf einem stadtfest ganz alleine fühlt plötzlich kann ich mir vorstellen dass man denkt so schade ich hätte gern mein altes leben zurück wo ich nicht so bewusst war ja also wenn ihr an einem computerspiel sitzt dann sitzt ihr halt vor dem bildschirm und da bewegt ihr euch durch das spiel und da schockt euch das ja auch nicht wenn ihr auf statisten trefft ja weil ihr trefft dann diesen händler in dem spiel der euch das schwert anbietet und da denkt ihr auch nicht verdammt das ist ein statist verdammter mist oh mein gott ist ja auch nicht so oder wenn ihr in einem film seht dass da ein raumschiff explodiert da trinkt ihr trotzdem noch euer bierchen und verschüttet das nicht obwohl das ganze raumschiff explodiert also man sieht wenn man eine gewisse distanz hat zu dem spiel weil man weiß dass man eben vor dem monitor oder vor dem display sitzt dass euch da nichts passieren kann wenn das raumschiff explodiert und darum verschüttet ihr auch euren kaffee oder euer bierchen nicht und das ist natürlich in der matrix ein bisschen anders war man in der matrix die illusion hat mitten im spiel zu sein und das alleine macht eben den unterschied ja ich hatte letztens auch eine sehr gruselige situation da bin ich irgendwo reingegangen und plötzlich hatte ich den eindruck jeder statist schaut mich an in dem moment war es auch so wir sind uns noch nicht ganz sicher ob die statisten jetzt wissen dass sie statisten sind oder ob sie gesteuert werden und der der sie steuert der weiß natürlich dass sie statisten statisten sind also mir kam es halt anders vor du hast es anders wahrgenommen als ich ich habe es halt so wahrgenommen dass alle statisten zentral gesteuert werden und in dem moment hat eben eben die kai der der diese statisten steuert eben den fokus genau dahin gelenkt denn wir als schöpferseelen sind ja überall auf dem schirm wir leuchten und wenn da eine schöpferseele in einen gewissen zustand kommt weiß ich nicht vielleicht leuchtet sie in der sekunde ein wenig mehr vielleicht blinkt es auf auf dem schirm es kam mir jedenfalls so vor und plötzlich waren alle statisten für mich absolut bewusst kann natürlich auch der bewusstseinszustand per se gewesen sein weiß ich nicht mir kann es jedenfalls so vor als wäre das der der die statisten steuert der plötzlich alle statisten hat seltsam gucken lassen sich seltsam verhalten lassen sie kam mir alle plötzlich ganz anders vor wieder als normalerweise aber am ende des frages ist ja eigentlich auch nicht nicht so relevant ob jetzt die die statisten per se wissen dass sie statisten sind oder es nicht wissen ich finde jedenfalls sie schauspielern verdammt gut denn bei manchen denkt man das kann kein statist sein aber wenn du dann genauer guckst ist es einer aber die spielen so verdammt gut ich fand dein spruch dazu ziemlich gut die spielen so gut die statisten dass du am ende in der klapse landen würdest also es passt schon also finde ich ja die spielen wirklich sehr gut ihre rollen die gehen die dram bis ins detail mit die spielen dir was vor so gut kannst du als schäfer sie gar nicht spielen ja das ist wohl richtig weil sich mit statisten anzulegen ist sehr ungünstig das empfehlen wir in keiner weise auch nicht irgendwie versuchen einen statisten zu enttarnen nee das kann auch mal nach hinten los das kann arg nach hinten losgehen weil die statisten spielen bis aufs bittere blut während eine schöpferseele irgendwann denkt oh nee nee danke also ich hätte mit dem thema gar nicht anfangen soll ja darum wenn ihr statisten wahrnehmen zum beispiel im dissoziativen zustand bleibt unerkannt schaut zu beobachtet sammelt information rennt nicht jetzt irgendwie so besserwisserisch oder so durch die gegend und sagt hey du bist du das ist das ist sehr ungünstig das kann wirklich böse enden und auch solltet ihr nicht diskriminierend denken das bedeutet ihr solltet nicht denken statisten sind blöd mit denen wir nichts zu tun haben und dann irgendwie einen gewissen rassismus dann zu entwickeln das empfehlen wir auch nicht man sollte statisten auch so behandeln als wären es wirklich menschen und statisten als ich das erste mal da statisten wahrgenommen habe war es nicht so dass ich das so registrierte dass die irgendwie gesteuert werden als ich dann ein weiteres mal die statisten wahrgenommen habe da habe ich gemerkt dass die auch alle miteinander vernetzt sind das ist also was ein statist weiß wissen alle die in deinem persönlichen umfeld sich dann befinden das ist ja das habe ich deutlich so wahrgenommen die statisten haben dann jetzt zum beispiel war da eine oma mit ihrem kinderwagen die dann gesagt hat ich tue jetzt so als wäre ich eine oma die einen kinderwagen schiebt oder da waren jugendliche die sich so ein bisschen ja geneckt haben und die dachten dann ja wir tun jetzt mal so als würden wir uns hier ein wenig ärgern und die eine frau mit dem kinderwagen sagte ja ich tue jetzt mal so als wäre ich eine frau mit ihrem kind die eben über die ampel geht und wenn man dann seine aufmerksamkeit auf seine umgebung lenkt und egal wen du anschaust eigentlich fast immer statisten die dann in dem moment ein verhalten vortäuschen beziehungsweise vorspielen ist natürlich die große frage nikki sagt dass sie eben denkt dass die ki die alle verwaltet und das ist ja auch richtig ja das sowieso ja das sowieso die einzige frage die eben da für uns geblieben ist ist wissen die statisten selbst dass sie statisten sind oder weiß das nur die matrix ki mir kam es so vor es wäre die matrix ki wie gesagt mir kam es eben auch so vor als müssten plötzlich alle statisten bescheid und das waren ungefähr so ich würde sagen 12 15 leute und plötzlich haben sich alle merkwürdig verhalten alle haben plötzlich kritisch geguckt sie haben auch nicht mal mehr so versucht so zu tun als müssten sie jetzt eine rolle spielen gar nicht im gegenteil sie haben alle seltsam für mich geguckt sie haben alle plötzlich aufgeguckt und ja in dem moment dachte ich nie die sind jetzt nicht alle plötzlich bewusst einer dahinter macht das jetzt das kam so irgendwie rüber für mich also ja sie sind vernetzt auf jeden fall und in dem fall bin ich mir eben nicht sicher sind sie selber bewusst aber das würde mich an den borg kollektiv erinnern wo plötzlich alle bescheid wissen das ist noch so die frage also ich bin mir da nicht ganz sicher ob die selber wissen dass sie statisten sind oder ob sie ihren alltag ganz normal programmiert wie der händler im computer spielt spielen und sobald sich die ki dazu schaltet weil dieser statist gerade mit einer schöpferseele interagiert und dann sozusagen bewusst ist dahinter also angeschlossen ja wir haben ja auch filmische referenzen in diesem zusammenhang beispielsweise die matrix da sah man ja in einer szene zum beispiel ein bettler der da irgendwo auf dem boden lag und geschlafen hat weil er so viel getrunken hatte und plötzlich macht er die augen auf und man sieht wie ancient smith den dann übernimmt das ist zum beispiel eine referenz oder in der super serie 18 99 da war es ja auch so dass plötzlich irgendwie viele an bord einfach über die regeln gesprungen sind statisten das heißt also irgendwas hat die statisten dann aktiviert und den befehl geschickt bitte alle von der relin springen genau das war alles ne und dann liefen die alle wie die roboter zur relin und sind einfach drüber gesprungen und man könnte sich auch nicht aufhalten oder in matrix teil vier da sind ja plötzlich tausende von statisten einfach aus den fenstern gesprungen ja erinnerst du dich nein achso und da haben wir einige filmische referenzen die eben zeigen dass die statisten alle miteinander vernetzt sind und auch verwaltet werden und ich habe zumindest immer in meinem höherem bewusstsein zustand wahrgenommen dass jeder statist weiß dass er einer ist natürlich steht aber immer noch im raum sobald ich mich in einen dissoziativen zustand begebe ob die matrix ki das mitbekommt und dann die statisten in meinem persönlichen umfeld übernimmt würde ich ja schon sagen ist möglich ist möglich die andere erklärung wäre natürlich dass jeder statist immer weiß dass er einer ist unabhängig davon ob die matrix ki sich in irgendeiner form einmischt sondern das alles wie ein automatisches programm läuft und da denke ich schon eher dass das zutrifft weil die statisten müssen ja ständig in ihrer rolle bleiben ob ich jetzt dissoziiere oder nicht die frage ist erhalten würden die statisten wissen dass sie statisten sind hätten sie ja eine art bewusstsein für mich von daher ist für mich die theorie dass die ki ja sieht dass wir leuchten und mit einem speziellen statisten interagieren wahrscheinlicher dass in dem moment sich die ki anschließt statt dass der statist ein eigenes bewusstsein hat ihr weiß es nicht keine ahnung aber wir werden das ganze sicher noch rausfinden sobald das wissen erzählen muss sicherlich ja sicherlich jedenfalls als ich die statisten wahrgenommen habe haben die alle in der ersten person gedacht ja ich habe nicht irgendwie von der matrix ki vernommen dass sie gesagt haben so du spielst jetzt die oma die über die ampel geht oder so sondern die haben in der ersten person gedacht und ähm auch wissen die statisten dann zwar dass du ähm jetzt dissoziierst aber ich bin mir fast sicher dass sie dich nicht orten können weil du in dem moment dissoziierst und weil du nicht denkst können sie nämlich deine gedanken nicht lesen also davon gehe ich aus so kam es mir jedenfalls vor ja und ich war ja zum beispiel auch mal in einem café wo dann eben ein wächter herein gekommen ist der wächter kam in das café das war meine deutliche wahrnehmung weil er von der ki höchstwahrscheinlich die meldung bekommen hat achtung da ist jemand der hat dissoziiert der sieht die statistin wächter geh da rein und versuch den aus diesem zustand zu holen so schnell wie möglich also das war so mein starker eindruck den ich in dem moment hatte darum kam plötzlich ein wächter durch die tür wo ich sofort sah oh das ist ja ein wächter und die sieht man auch nicht häufig die kannst du eigentlich nur sehen und die sind auch nur notwendig aus der perspektive der matrix ki wenn du dich akut im dissoziativen zustand befindest und der kam dann halt durch die tür und guckte sich immer um und hat mich gesucht er wusste also nicht dass ich das war weil ich in dem moment dissoziiert war und nicht dachte wenn ich in dem moment gedacht hätte oh da ist ein wächter der mich sucht dann hätte er mich wahrscheinlich geortet aber es ist nicht so dass ich das in dem moment gedacht habe oh da kommt ein wächter rein sondern es war ein starkes inneres wissen das ich in dem moment hatte weil ich konnte ja in dem moment nicht denken ich war ja dissoziiert und anstelle des denkens tritt dann eben das innere wissen ein und das innere wissen drückt sich eben eher auf der gefühlsebene auf ja in dem zusammenhang ist ja auch noch spannend das thema adaption der statisten ja denn ja das ganze system das ganze matrix system statisten alle sind adaptiv aufgebaut das haben wir auch gesehen dass die statisten sich eben anpassen an ihre umgebung an die situation an die gespräche das heißt wenn du mit einem statisten über spiritualität redest oder über tja politisches aufwachen ja die hören sich das an und passen sich so weit an dass sie natürlich dann auch mit dir gespräche führen die spirituell sind ja copy paste genau copy paste das heißt also die entwickeln sich nicht unbedingt großartig immer wenn man die wieder sieht hat man das gefühl die erzählen immer das gleiche genau und wenn du natürlich denen was erzählst was du so spirituell machst oder erlebt hast und so dann kopieren die das genau also das system entwickelt sich weiter das ist ihr seht es ja schon bei chat gpt wenn du den wenn du wenn du chat gpt eine frage stellst eine spirituelle frage keine ahnung ist die erde flach oder rund wird er dir ausgesprochen professionell spirituell antworten und zwar möglichst detailliert also wenn chat gpt sich anpassen kann an spirituelle gespräche und du kannst mit ihm philosophieren wir haben das alles schon getestet und mal gemacht dann wird das eine hochentwickelte alien ki technologie mit statisten da drin auf jeden fall auch können würde ich sagen und wir haben es live erlebt die sind dann dann haben wir halt spirituelle statisten ja zumindest vereinzelt genau die tun dann eben spirituell und reden mit dem spirituell aber wie du sagst sie passen sich nur an sie sie wiederholen was du eigentlich sagst und was auch gleich zu dem thema führt woran könnte man statisten auch erkennen so als indiz natürlich klar dissoziation ist immer vorzuziehen da siehst du das nämlich aber wir waren letzte woche in einem dissoziativen zustand haben wir auf der couch gesessen und dissoziiert und da ist uns ganz klar geworden äh statisten sind immer gleich ähm sie verhalten sich gleich sie haben immer die gleichen muster die gleichen verhaltensweisen die gleichen sätze die wir sie wiederholen ja also statisten haben immer ein gewisses muster äh mit dem sie vorgehen und äh manchmal kennt man sie auch daran dass man eben das gefühl hat die erzählen immer das gleiche ja 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 und ähm auch über die zustandsbeschreibung oder was die so machen oder so sind immer oft allgemeine aussagen keine speziellen und in den aussagen erkennt man nicht unbedingt dann auch irgendeinen hinweis auf die entwicklung die sie vielleicht zwischenzeitlich gemacht haben könnte das heißt sie gehen zwar auf deine spirituellen themen ein die du mit ihnen vielleicht mal besprochen hast aber nur um danach wieder in diese ähm standard aussagen zu verfallen die eben sie ständig bringen wenn man sie trifft ja und wenn wir schon dabei sind wie könnte man statisten erkennen können wir auch gleich zu wie könnte man denn luper erkennen das ist nämlich unser nächstes thema die luper darüber haben wir auch bereits ein video gemacht die luper da wir schon in dem zustand waren und das auch wahrnehmen konnten die luper wie könnte man die luper erkennen ja bei den statisten haben wir gesagt die können verdammt gut schauspielern die die spielen ihr drehbuch perfekt die luper hingegen da muss ich sagen die sind ja als wären sie gerade erst auf die erde gekommen hätten ein skript von hamland in die hand bekommen sollen auf die bühne gehen und hamland spielen haben gar keine ahnung von hamland sagen ich bin hamland zu übertreiben halt auch einfach gerne keine ahnung irgendwie sowas ja ja sie können einfach nicht schauspielern und ja daran erkennt man die luper ganz gut die wirken immer sehr aufgesetzt ja die wirken immer sehr aufgesetzt als würden die wirklich einem was vorspielen und man wird eigentlich ziemlich schnell so ein bisschen misstrauisch so ein bisschen denkt man dann so mein gott der wird so aufgesetzt oder irgendwie der post doch die ganze zeit der ist doch mega lost oder so der ist ja mega lost und daran erkennt man die dann schon weil es kommt uns so vor dass die luper eben nicht so oft eingesetzt werden naja und deshalb werden die immer irgendwie in die matrix geworfen könnte man fast sagen und zu sagen ja hier das und das musst du regeln und so und dann kommen die hier runter und die haben natürlich nicht so die spielerfahrung ne ne ja aber was sie natürlich sehr gut können ist die zeit zu manipulieren genau luper können dich also zurücksetzen manchmal eine minute zehn minuten stunden vielleicht auch einen tag ist ganz unterschiedlich und luper können auch einzelne szenen zurücksetzen woran erkennen wir die luper noch also im letzten video über luper haben wir erzählt deren hauptaufgabe ist es ja erstens die schöpferseelen beschäftigt zu halten also von dem wesentlichen abzuhalten sich mit sich selbst zu beschäftigen abzulenken im alltag zu halten damit sie auch ja nicht die matrix verlassen weil schöpferseelen sind nun mal gute energiequellen und ja bei den lupern hat man den eindruck sie sind die könige des dramas sie tun so als würden sie die dramen nicht inszenieren aber sie erhalten sie aufrecht aber in wahrheit inszenieren sie sogar die dramen tun als wären sie die heiligen und die anderen die bösen und ja auch das wirkt immer sehr aufgesetzt und ja wie gesagt sie halten die dramen am laufen indem sie immer über diese dramen reden sie reproduzieren oder auf dramen aufmerksam machen oder dich damit involvieren wollen indem du dich mit diesen dramen identifizierst und einfach mitspielst du als schöpferseele weißt ja gar nicht oh da sitzt luper vor dir und möchte jetzt dass du dich in das drama mit hinein begibst und in diesen alltag und einfach weiter spielst sie wollen dich einfach davon abbringen dich mit dir selbst zu beschäftigen und das können die finde ich verdammt gut im gegensatz zu spielen darin könnte man sie erkennen dass irgendjemand zum beispiel bei dir den du kennst immer versucht dich in dramen reinzuziehen dich damit reinzuverwickeln sowas würde ich sagen oder wenn du im alltag jemanden kennst der immer mit neuen themen kommen die irgendwie dramatisch wirken und du dich damit identifizierst dem helfen willst oder ja irgendwie so in die richtung würde ich es jetzt formulieren ja aber wie gesagt auch luper erkennt man nur im dissoziativen zustand man kann zwar mit seinem normalen verstand und mit seinen normalen sinnen raten wer ist jetzt ein luper und wer nicht aber das klappt meistens nicht man kann höchstens auf einige indizien achten die wir eben gerade erwähnt hatten und das war es auch schon wirklich sicher kann man sich da eigentlich nicht sein ne ich würde ich jetzt auch nicht empfehlen das so zu machen irgendwen plötzlich als luper zu sehen denn dann fängt man plötzlich an sich anders zu verhalten und das ist wirklich nicht empfehlenswert also ja und ja luper haben dafür aber sehr gute fähigkeiten in der manipulation der zeit du hast das ja auch schon erlebt in einer erfahrung da ist nikki nämlich im alltag luzid geworden was natürlich eine wichtige bewusstseinsstufe oder ein wichtiger meilenstein ist auf seinem weg zur ganzheit des selbst dass man eben erkennt dass unser alltag auch ein traum ist und das nicht nur weiß vom kopf her sondern das sieht direkt sieht und mit jeder faser des körpers auch fühlt dass dem so ist und das hattest du ja und als nikki in diesen zustand dann gekommen war was ist dann passiert sie ist plötzlich im bett wach geworden ja sie ist nämlich da auf luper getroffen und der luper hat sie einfach zurückgesetzt und lag dann wieder im bett ja und was hat er gemacht hämisch gegrinst das ist so typisch luper die grinsen heimisch ich finde hämisch das machen sie gerne ja und das heißt nikki wurde also bewusst im alltag luzid im alltag und ist da auf luper getroffen die haben sie dann identifizieren können die da die ist jetzt luzid im alltag und haben sie dann einfach zurückgesetzt wie immer sie das gemacht haben naja luper nennen wir sie ja haben wir sie ja eigentlich genannt nur wegen ja weil sie dich in dem loop ein stück zurücksetzen dann ist nikki morgens wach geworden im bett und sagte boah hatte ich einen verrückten traum das glaubst du gar nicht ja das ist eben der trick der luper das kann auch in anderen situationen passieren also die luper können auch zum beispiel eine szene zurücksetzen eine einzelne szene und das ist auch der grund warum uns manchmal menschen bekannt vorkommen können können ja das ist so wenn du das gefühl hast du kommst in einen raum voller fremder leute du gehst auf ein seminar sagen wir mal du gehst auf ein workshop auf ein seminar und sagst du den habe ich schon den kenne ich aus einer anderen inkarnation sagst du meinetwegen aber wir wissen ja wir sind super viele statisten hier auf diesem planeten nicht so viele schöpferseelen also kannst du nicht einfach jeden kennen aus einer anderen inkarnation aber warum hast du das gefühl den zu kennen na klar weil der luper dich oft genug zurückgesetzt hast und du dadurch diesen einen statisten menschen schon oft genug gesehen hast du hast ja schon diese szene hundertmal oder viermal oder zehnmal mit dem gespielt klar kommt er dir bekannt vor und da wären wir auch schon beim luper deja vu genau luper deja vus ist also eine weitere form an deja vus beinhalten eben dass sie dich zurücksetzen weil normalerweise wenn sie dich zurücksetzen hast du auch amnesie ja und erinnerst dich nicht daran dass du eine bestimmte szene schon mal gespielt hast als beispiel du gehst in ein café und kommst in das café rein und spielst dort irgendeine bestimmte rolle und in dem moment setzt sich der luper zurück ja genau weil vielleicht irgendwas in dem café passiert ist was ihm nicht gefallen hat oder was nicht sein sollte oder was auch immer und dann ja wachst du im bett auf und denkst ach ich hab grad geträumt ich wäre ins café gegangen stehst wieder auf gehst zum bäcker holst du ein croissant und gehst dann ins café und gehst wieder in das café du wirst wieder zurück gesetzt du stehst wieder auf denkst ach das war ein komischer traum vergisst den traum eigentlich ziemlich schnell wieder gehst wieder ins café und dann denkst du komisch also die hinter der theke die verkäuferin die kenne ich irgendwo ja gehst wieder ins café und dann denkst du kommisch also die hinter der theke die verkäuferin die kenne ich irgendwo ja die habe ich schon mal gesehen ja ja klar hast du dich schon mal gesehen weil du den loop schon drei vier fünf sechs oder vielleicht zehn mal gespielt hast darum kommt sie dir bekannt vor du hast aber amnesie bekommen von dem looper noch als geschenk dazu das gefühl bleibt halt einfach du hast das gefühl irgendwoher kenne ich doch und du verbindest dann keine emotionen genau das ist einfach nur eine wahrnehmung dass du sagst irgendwoher kenne ich die person denn wenn sie aus einem anderen leben kennen würdest dann wäre auch eine emotion beteiligt dass du vielleicht denkst die person mag ich überhaupt nicht die hasse ich wie die pest obwohl du die noch nie getroffen hast da sieht man schon da ist eine emotion enthalten das heißt die hast du anscheinend in einem anderen leben getroffen wo es nicht so gut ausging oder du verliebst dich zum beispiel plötzlich in die verkäuferin die da hinter der theke bei der bäckerei steht dann hast du wieder eine emotion dabei das heißt ihr seid euch schon mal begegnet in einem anderen leben und da fandet ihr euch vielleicht toll vielleicht hattet ihr sogar eine beziehung aber wenn der looper zugeschlagen hat ist es einfach nur so ja so eine wahrnehmung irgendwoher kenne ich die person aber du kannst es nicht bestimmen und du hast auch keinerlei emotionen die damit verknüpft sind und das nehmen wir halt looper das heißt du nimmst eine person wahr ohne anteile von gefühlen oder emotionen und die sind eben durch den loop entstanden genau in dem zusammenhang haben wir auch festgestellt es gibt in der matrix zurücksetzpunkte ja richtig also das könnt ihr euch vorstellen wie ein computerspiel ja es gibt ja auch computerspiele da kannst du nicht an jeder position die du in dem spiel geschafft hast dann einfach mal auf save auf speichern klicken damit du das ganze nicht normal spielen musst und dann kannst du immer von einem speicherpunkt aus weiter spielen aber es gibt auch spiele da kannst du das nicht machen da musst du nämlich erst saving points erreichen bestimmte positionen in dem spiel und erst wenn du diese marke erreicht hast darfst du das spiel abspeichern diese markierungspunkte speichermarkierungspunkte könnte man die nennen und wenn du die erreicht hast kannst du speichern und dann natürlich an dem punkt dann wieder neu beginnen falls du eben in dem spiel irgendwas versemmelst was du eigentlich schaffen solltest dann kannst du wieder zurück zum letzten speicherpunkt springen und das machen lupe eben auch die schicken dich dann gelegentlich zurück zu dem letzten speicherpunkt genau und da kannst du dann nochmal von vorne anfangen aber wir gehen stark davon aus dass die lupe eigentlich so weit in der zeit zurückversetzen können vielleicht eine stunde zehn minuten fünf minuten vielleicht einen tag aber wir glauben nicht dass sie mehr machen können wissen wir noch nicht aber es wirkt jetzt jedenfalls nicht so ja also uns kommt es bisher so vor aber hundertprozentig garantiert ist die aussage nicht aber da wir ja ganz viele speicherpunkte haben macht es vielleicht mehr sinn dass sie wirklich lupe abhängig immer zum letzten springen macht schon sinn dass es nicht viel länger sein kann bis du halt den punkt geschafft hast so wie der lupe wünscht dass du ihn schaffst das heißt du nicht bewusst geworden bist du keine spannende erkenntnis hattest irgendwie sowas jedenfalls dann lässt er dich bis zum nächsten speicherpunkt weitergehen vielleicht schaffst du das noch weiter zu gehen aber man weiß es nicht wie oft wir schon alle zurückgesetzt wurden immer und immer wieder und immer wieder neu spielen dürfen ja und euer höheres selbst wendet diese lupe technik gelegentlich auch an zum beispiel wenn ihr morgens aufsteht und geht aus dem haus und lauft auf die straße und plötzlich erwischt euch ein bus ja genau da kann es sein dass das höhere selbst sagt oh sehr ungünstige situation wir müssen die nikki noch weiter in der matrix halten damit sie das und das noch erledigt und setzt dich auch zurück das heißt du wachst dann wieder im bett auf und denkst boah ich habe gerade einen scheiß traum gehabt ich bin rausgegangen aus der tür und habe mich im bus umgefahren durchaus möglich und da könnt ihr natürlich in eurem leben jetzt mal nachschauen wo vielleicht eine ähnliche situation vorgekommen ist in der ihr geträumt habt ihr seid irgendwie ja vom bus überfahren worden oder seit vom hoch aus gefallen oder erschossen worden oder im kanal deckelloch gefallen oder was auch immer ne könnt ihr ja mal gucken und wenn ihr solche träume hattet dann ist das ein hinweis darauf dass ihr schon mal gestorben seid hier in dieser realität aber euer höheres selbst euch zurückgesetzt hat das heißt die fähigkeit die der looper hat hat das höhere selbst auch ja und wenn wir schon dabei sind nicht die matrix ki stellt nicht nur looper bereit also die böse seite stellt nicht nur looper bereit die sich in eure bekannten einhecken weil sie sind eingeheckt die sind nicht wie walk ins im körper des 3d statisten verankert die sind nur connected so so würde ich jetzt sagen würde ich habe es wahrgenommen nicht nur die böse seite macht das auch die helle lichte seite wie auch immer schickt ihre helfer los ihre geistführer schutz eigentlich wie auch immer man sie nennen möchte jedenfalls können auch die sich connecten an menschen die ihr mögt vor allem menschen die euch nahe stehen um euch hinweise zu geben tipps zu geben euch zu unterstützen also es gibt nicht nur die bösen sondern auch die guten ne looper kann man nicht sagen denn die machen was ja nicht aber sie helfen euch jedenfalls ja klar also es kann durchaus sein dass eben auch statisten in eurem leben auftauchen die euch gute tipps geben ja die möchten dass sie euch spirituell oder persönlich weiterentwickelt und geben euch dann entsprechende hinweise auf die ihr vielleicht selbst gar nicht gekommen werdet in einer bestimmten situation ist auch möglich also ist nicht so dass immer alle statisten um euch irgendwas schlechtes wollen oder so nein die wollen nichts schlechtes deren einzigen aufgabe ist es eigentlich euch in der matrix zu unterhalten das ist so eigentlich die aufgabe der meisten statisten würde ich sagen unter und halten ne genau unter und halten ja denn die matrix ist ein spiel und das möchte gespielt werden man erschafft ja nicht ein spiel und dann kauft es keiner und spielt keiner ist ja auch doof ne und die matrix muss ja auch aufrechterhalten werden das geht nur mit schöpferenergie ja richtig genau und wenn die matrix keine schöpfer hat die mitspielen dann läuft das ganze spiel nicht ja also da erkennt ihr schon langsam so wie das alles so miteinander zusammenhängt mit der schöpferenergie die ja auch die matrix füttert und am leben erhält und natürlich die statisten die natürlich auch dafür sorgen dass die matrix weiter läuft dass sie weiter spielt ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie viele probleme wir hatten dieses video zu drehen scheiße ich wollte auch gerade erwähnen genau ja es ist unglaublich weil dieser tag ist so ich nenne es mal interessant gewesen dieses video drehen wir jetzt das zweite mal zumindest den zweiten teil und ich vermute das ganze wichtige haben wir nochmals gar nicht mehr erwähnt weil wir es vergessen haben jedenfalls der erste teil ist weg leider wurde gelöscht aus unerfindlichen gründen weil das handy gesagt hat der speicher ist voll du hast nachgeschaut 80 gigabyte frei wo ist das video hin weg war es aber der ganze tag lief schon so verrückt ja also die dollsten sachen sind passiert wir wollten das video anfangen zu drehen dann sind hier die hühner durchgedreht frank durchgedreht dann kam frank an und hüpfte immer hier rum wie verrückt und so irgendwie gab es immer kleine störungen und dann dachten wir ja jetzt haben wir alle störungen beseitigt jetzt können wir weitermachen haben weitergemacht und dann sagt die app uns ja konnte ich nicht speichern den filmen die aufnahmen ja möchtest du neu starten oder es nochmal versuchen das ist so crazy aber das ist so relativ typisch matrix kino wir haben uns oder wir zuerst erzählen mit einer schöpferseele unterhalten auch über das thema aufwachen träume inception mäßig matrix kino jedes mal werden wir erstens unterbrochen ja es ist also wirklich verrückt auch wenn man sich über das statistenthema unterhält kann es durchaus sein dass ihr unterbrochen werdet dass irgendein statistiker herkommt und fragt euch irgendwas was ganz anderes ja an thema darstellt als das worüber ihr gerade sprecht ne um euch eben abzulenken kann alles passieren oder euer telefon klingelt oder es klopft an der tür oder plötzlich draußen passiert irgendwas vielleicht ein autounfall oder was auch immer da lässt sich die matrix immer was einfallen und das durften wir eben heute auch erleben so kann es durchaus passieren dass ihr euch vielleicht mit jemandem unterhaltet und das haben wir auch schon erlebt ja dass dann plötzlich wir über die statisten und so geredet haben und dann meinte eine schöpferseele zu uns ich habe gerade ganz stark das gefühl hier ist jemand und der sagt mir wir dürfen nicht weiter über dieses thema sprechen die dollsten dinge sind schon passiert also da passieren immer die dollsten sachen immer verrückten immer wieder die wollen einem einfach abhalten und wie gesagt es gibt natürlich auch gute statisten ja also die knüpfen sich halt auch an oder also das sind halt von 5 6 d die connecten sich wie die luper die ja von 4 d sind einfach an einen statisten an ja weil die statisten sind ja eigentlich platzhalter leere hüllen ja da kann man eben reinspringen und dann den schöpferseelen dann auch helfen tipps geben hinweise geben manche nennen das auch engel die einem helfen und ist eine frage der definition jeder hat seine eigenen wörter dafür und ja die helfen einem weil die möchten ja dass ihr die matrix als spiel irgendwann zu ende spielt dass es mal wirklich geschafft habt das spiel weil das ist ja hier so die auflage denn ein spiel kann eigentlich nur dann zum ende kommen wenn es auch gewonnen wird ja und meistens sind es übrigens die gleichen menschen an denen auch die positiven angeschlossen sind wie bei auch bei den lupern ja ihr lieben leute auch wieder wollte die matrix ki nicht dass wir dieses video drehen wir machen jetzt den letzten teil und wir machen jetzt den abschluss und das passt dann halt auch schon so wir waren stehen geblieben mit dass sich die auch die positiven anschließen ja und meistens an die gleichen wir machen da jetzt mal weiter und beenden das video dann auch gleich also auch die positiven schließen sich an also eure helfer und hinweisgeber an die menschen die euch wichtig sind meistens sind das auch sehr enge freunde und auch da werden immer die das ist unglaublich heute jedenfalls ja sie benutzen die gleichen statisten immer wieder an denen sie sich anschließen vielleicht weil sie sich schon öfter mit diesen connected haben und denen somit besser steuern können um euch hinweise zu geben es sind jedenfalls immer die gleichen die euch auch nahe stehen ebenso aber auch wie bei den lupern es ist ein bisschen so wie engelchen und teufelchen die auf der schulter sitzen haben sind ja auch immer die gleichen irgendwie jedenfalls ich weiß nicht mehr was wir noch gesagt haben aber ja jedenfalls wie gesagt es gibt auch viele gute statisten ja das auf jeden fall und die möchten natürlich dass ihr das spiel schafft und in diesem sinne helfen die euch wo es gibt die geben euch tipps sie geben euch hinweise und natürlich möchten die auch dass irgendwann das spiel zum abschluss kommt ihren reinkarnationszyklus endlich beenden könnt und sagen könnt matrix ade und damit sagen die matrixer jetzt auch ade für dieses video dass sie zum hundertsten ball gedreht haben und naja das wichtigste wird hoffentlich dabei sein ja wir wünschen euch eine schöne zeit und ade ade ab bis